Dann würde ich mal sagen, hallo und herzlich willkommen zu dem weiteren Stream am Montag zu RetroDays, Eugen hier. Ich bin ein bisschen erkältet auch mit der Verspätung, weil meine Freundin hatte heute Geburtstag und ich bin noch so im Arsch und spiele noch abends oder streame. Ja, die ist auf jeden Fall sauer. Komm schon, spring da hoch, du blödes Ding. Fuck. Scheiße. Oh Gott. Ja, wenn ich das heute jetzt fertig schaffe, dann könnte ich sein, dass ich irgendwas anderes. Noch spielen, wer, ne? So, kommen wir jetzt damit. Ah, verstehe, jetzt, verstehe. Ah, scheiße. Ah, scheiße. Ah, fuck. Komplett nach unten geflogen, eh. Alter, muss ich jetzt hier tatsächlich runter? Wuhu. God. So, mich hat jemand gefollowed und wer ist das? Der glückliche Mr. Slapper. Ah ja, der Mr. Slapper. Das hört sich irgendwie so an ein Bugpfeifer-Typ. Irgendwie so. Slapper. Mr. Slapper. Ja, vielen Dank für deinen Follow-Innen. Du bist wahrscheinlich ein ziemlich cooler Typ. Du bist sowieso jetzt ein cooler Typ, weil du mich jetzt gefollowed hast. Du hast keine andere Wahl mehr. Das ist geil zu sein. So, safe. Bam. Leute, ich werde gleich, glaube ich, den Boss erleben. Den mega kranken Boss in der Jump-A-Run-Booge-Man-Geschichte, die es hier bis jetzt gab, ey. Das wird so episch, leck mich am Arsch. Das wird so episch. Bei mir werden fünf Zuschauer gezeigt, aber bei der Liste steht nur Broadcaster-Zeugen. Moderator, Dead Hobbit, Zuschauer keiner. Leute. Tja, Magie, Leute. Botweaver. Spielst du gerade Dota 3? Nein. Ich spiele gerade Boogerman. Dota 3 zu 0. Ach so. Leute. Boss. Der mega kacke Boss. Der Boss aller Bosse. Wenn ich den schaffe, leck mich am Foot. Ich bin best of the road. Ice Frog hat sich Mühe gegeben. Wer ist Ice Frog? Lamegein Scheiß, ey. Stierst du? Arsch. What the fuck is this? What? Wieso? Alter. Oh shit, ey. What the fuck? What the fuck? Stierst du? Voll forst, ey. Oh Gott, das will, ey. Oh man, 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 oh god, 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 oh god. schon voll nice gemacht kann man nicht sagen. Jawoll, ich habe mir auch Mühe gegeben, weil ich möchte, mit Qualität euch unterhalten. Wo, 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 wo. Scheid du, leider. Du Popul, der Gelachter. Was? Willst du nicht sterben? Alter, der rührt mich einfach nur an, ey. Bam. Alter, das wird sowas von ich glaube das ist einfach mal so scharfen das ist einfach Alter das war ja so richtig geiles Moment Nein! Whatafuck Alter Schwede Whatafuck Woa 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 Das wird so was von Dauernay oh mein Gott Nein 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 Ich dachte da kann ich mich retten aber geht nicht Ja ich hab es geschafft Ist das geil Ist das geil. Ich spiele nicht um diese Zeit. Ich schaue Star Trek. YouTube zeugend davor. Da sind die besten Trailers. Alter, ich habe es geschafft, Leute. Hammerhart. Hammerhart. Hammerhart, Leute. Introplay Credits. Ihr dürftet die besten Momente gerade erleben. Meines Lebens. Brain Fargo. Executive Produkter. Wir haben es geschafft, Leute. Hammer. Hammer. Wir haben es geschafft. Super. Das ist echt cool. Zwei Tage. Ich habe, glaube ich, nur drei Stunden. Ne, vier Stunden gebraucht, um das ganze Game durchzuzocken. Wenn ihr den ersten Teil sehen wollt, dann könnt ihr gerne auf meinen YouTube-Kanal anschauen. Ich habe dann die Best Moments of Stream gemacht. Könnt ihr gerne angucken. Wenn ich's war, ist dasigu kend mother. Weil man immer noch einen anderen Leben ist, Und dann verm setup bitte vom unemploymenten. Um das l lleva zu lassen. Aber deswegendi ein fliegt. Ich觸 so ein bisschen dasselbe. dasspause ich characteristics die Sachen. Aber dann, das kommt mir an.